Ja, hallihallo. Da sind wir wieder. Und es ist auch nicht viel passiert. Wir waren hier tatsächlich richtig gut safe. Und gehen gleich weiter. Denn wir sollen ja das Upgrade finden. Im Krankenhaus. So. Jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich hier richtig bin. Aber ich denke schon. Hier gibt es ja auch keine Karte, ne? Ne. Das wäre es natürlich noch. Ich drücke M. Gut. Schöne Aussicht. Aber hier geht es nicht lang. Tja, dann gehen wir hier mal runter. Ne? Schauen mal. Da geht es auch nicht. Ich habe ja die Tür aufgemacht. Aber... Hm. Irgendwas übersehen. Wir werden es herausfinden. Denn von hier sind wir ja gekommen. Es muss hier lang gehen. Ist hier da irgendwas versteckt hier? Wovon ich nichts weiß. Genau. Es geht nämlich hier lang. Ja, es war ziemlich dunkel, ne? Konnte man nicht sehen. Keine Ausrede verlegen hier, der Outrunner. Der macht das schon. Und redet sich immer raus. So. Geht es jetzt hier wirklich weiter? Ich glaube nicht. Ich muss doch hier jetzt bestimmt nicht runterspringen, oder? Ich gucke ganz kurz nochmal, wo es uns hier lang führt. Aber ich glaube, das ist hier... Ja. Ne Sackgasse. Gut, wir müssen da lang. Ich freu mich. Wir müssen hier echt runterspringen. Verdammt. Gott, sieht das hier aus. Was ist das? Ein Raketenwerfer. Na, herzlichen Glückwunsch. Wofür brauch ich den? Oh, 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 oh. Was ist hier los, ey? Ja, hau mal, hau mal, hau mal. Nein, 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 nein. Wo ist denn jetzt mein Raketenwerfer? Wo ist er denn? Da ist er. Komm schon. Genau, 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 genau. Das ist nicht nett. Nicht nett, nicht nett. Und jetzt nimmt er ihn wieder. Und jetzt macht er die Gucke auf. Kaboom. Gut. Nein. Komm, wir brauchen Munition. Genau. Tja, hallo. Hallo. Was macht er denn hier mit mir? Da oben, wo soll ich ihn hinschießen? Nein. Na los. Was ist nun? Komm schon. Nochmal. Nochmal. Na, na, na. Nicht getroffen. Nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Okay, wir brauchen Munition. Wir brauchen Munition. Wir brauchen Munition. Nochmal schön auf das Blaue. Das Blaue ist gut. Das Blaue ist gut. Ich treffe im Moment nicht den Zeitpunkt. Jetzt. Und, und? Streckt sie nieder? Nö. Warum auch? Komm schon. Wo? Wo? Nein. Hallo. Hallo. Falsch. 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 Wo ist sie? Wo ist sie? Meine Waffe. Komm. Latta. 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 Getroffen. Wer saß? Jetzt kommt er wieder ran. Na? 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 Nee. Nein. Nein. Wie oft denn noch, Alter? Wie oft denn noch? Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Lat nach. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Äh. Was hab ich jetzt gemacht? Ich wollte Q drücken. ich weiß jetzt im Moment nicht, was ich drücken soll. Ah, kitzig, Mama. Oh, heute noch. Oh, nein, 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 nein. Nein. Ich weiß hier im Moment nicht. Ich bin überfragt. Ich bin überfragt, Jungs. So kannst du auch nicht nach rechts und links gucken. Das hat gesessen. Nein. Warte mal. Bandagen. Kann ich bandagen? Bandagen. Vier. Ich muss bauen. Alles bauen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich Bandagen brauche. Wirklich nicht. Puh. Das gibt es doch nicht. Es muss doch mal vorbei sein hier. Jetzt fängt das schon wieder an, das Spielchen. So, jetzt. Ach, da haben wir es ihm aber gegeben. Es gibt hier keine... Es gibt hier keine... Was? Was ist hier nicht mehr? Was? Ich werde sterben. Ich werde sterben. Mann, das kann doch nicht sein. Wo ist denn hier die Box zum Nachfüllen? Ich werde sterben. Du komm, du brich doch mal ein. Oh, Freunde. Alter. Das war eine Geburt. Das sag ich euch. Halleluja. Halleluja. Mein lieber Schwan. So, nun. Wo geht es jetzt lang? Mann, 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 Mann. Da runter geht es jetzt. So, wie gut, dass ich die Bandagen hatte. Das muss ich diesmal wirklich sagen. Bandagen können wir natürlich im Moment nicht bauen. Aber ich war echt froh, dass die da waren. Ohne die hätten wir es nicht geschafft. Man sagt mir jetzt keiner, du hast sie auch ein bisschen dämlich angestellt. Ich habe gekämpft. Da, Bandagen. Wunderbar. Die Legende. Aha. Okay. Gut, dann können wir jetzt ja weitermachen. Wir speichern mal zwischen. Das machen wir einfach mal. Weil ich keine Lust habe, dieses Monster nochmal zu killen. Sind das Schritte? Ich weiß nicht, keine Schritte. Boah, was ist das hier? Hallo? Hm. Wurde ganz gern genau diese Schrotknarre nehmen. Ja, du siehst mich. Ja, du siehst mich auch. Und du auch. Oh. Das muss ich aber nicht denken. Nicht alle Lappen am Zaun oder was? So. Kompressen. Ich wollte gerade sagen, das sieht ja schon mal ein bisschen nach Krankenhaus aus. Aber ich hatte mich von den Kompressen ein bisschen gerade irritieren lassen. Telefon. Mal ganz kurz anrufen hier. Hallo? Holte mich raus. Oh Gott. Ist das der Qualm von dem Duft oder ist das irgendwie abgekogeltes, organisches Zeug? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es hier... Ehh. Oder ist das von dem Typen, den wir gerade erledigt haben? Das kannst du natürlich auch haben, aber das ist natürlich eine Menge, ne? So, hier geht es nicht weiter. Boah, schnell durch hier. Oh. Okay. Ihh. Ah, der schon wieder. Schnell ausnehmen, nachladen. Ja, nun. Stöhnen doch hier nicht so rum. Hast du das von mir? Oh mein Gott. Ja, da weiß man wirklich nicht, ob das... Ich glaube nicht, dass das das Ding ist, was wir da gerade erledigt haben. Das ist irgendwie was anderes. So. Mixonmade-Bandagen. Okay. Was mich erfreut, ist, wir haben noch eine Menge Zeit. Ach, ne. Gut, wo wollen wir denn hin? Gucken wir mal. Mhm. Parziologie. Physiotherapie. Scanning. Aha. Gut, wir sind also schon mal im Krankenhaus, was gut ist. Was? Was? Wo? Wo? Ach da. Okay. Ich kriege ich nicht ohne weiteres runter. Der schon wieder, ey. Mal erst mal schön nachladen. Jetzt der wieder. Gut. War nicht so clever. Er war auch nicht so clever. Aber dafür haben wir ihn jetzt. Die will ich eigentlich nicht. Ja, lad mal erst nach. Genau. Dann nehmen wir erst mal wieder dich. Und wie immer. Bandagen, Stofflappen. Okay. So, dann gucke ich mal, ob ich Bandagen schon mal gleich wieder bauen kann. Vier Stück. Das machen wir auch. Baue alle. Schön. Weiter geht's. Weiter geht's. Gut, hier sind alle ausgeflogen. Rezeption gibt's nicht. Haben sie was hier gelassen? Einen Kaffeebecher. Jo. Na ja. So, da haben wir. Da war's Reisen. Band 1 bis 6. Dann gehen wir hier mal hoch. Ach, da hinten blinkt noch was. Na ja, Freunde, ich pass auf. Wie gesagt. Lieber einmal mehr gucken. als hier einmal zu wenig. Der Überlebensführer. Der wird mir im Endeffekt das Leben retten. Deswegen bin ich hier auch wieder zurückgegangen. Und jetzt gehen wir die Treppe hoch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. wie das hier aussieht. Was? So. Da. Steffi aufgeladen. Du stirb doch mal. Du stirb doch mal. Hoch kommen wir hier nicht. Okay, alles klar. Ich sah nämlich erst die Leiter oder beziehungsweise die Treppe, die Rolltreppe. Aber na ja. Wir gehen immer da lang, wo es dreckig ist. Wo der, wo das Blut von der Decke quillt. Aber das ist hier nicht wenig. Leute, das kann er nicht. Was ist denn das hier? Allein irgendeiner den Wasser an. Hallo? Das können wir nicht mitnehmen. Hier wird's wieder sauber. Okay. Das ist was zu sagen, dass ich hier so viele Bandagen aufnehmen kann. Ich bin mal gespannt. Ich will ja nicht sagen, aber irgendwas wird da glaube ich wieder passieren, wenn ich da den Knopf drücke. So. Okay, das ist das Upgrade, was wir uns holen. Was passiert jetzt? Oh nein. Ich hab schon gerade gedacht... Okay. Sollten wir abhauen oder... Ich weiß es nicht. Ich glaub, der kommt da durch. Ich stehe auch irgendwie. Ich will nicht sagen schlecht, aber... Aber es geht hier weiter. Okay, das hab ich gerafft. Ein roter Stuhl. So, ich würde jetzt mal so langsam gerne hier raus. Was steht hier unten? Bitte schön, Sofa. Oh Mann. Äh... 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 Mit... Ich schreibe mich jetzt. Ein Hammer! Und wieder Stoffladen. Oh... Oh... Oh, 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 oh. Sind wir da, wo ich denke, dass wir sind? Höthstadt... Raus hier! Oh, 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 oh... Höthland betreten! Leute, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben es glaube ich geschafft. Hi, 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 docent. Oh, 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 oh. Und der fährt da seine Runden Kabum, kabum Oh, was ist das denn? Von hier vorne oder was? Ich wollte es einfach mal probieren Ich wollte es einfach mal probieren Gut Ich glaube wir machen uns dann jetzt auch schon wieder auf den Weg Zum Quasir Genau, da sind wir Schauen wir mal, was er uns zu sagen hat Ach, die Türen sind schon auf, okay Na dann immer rein in die gute Stube Ich hoffe, er hat was Auch schon erreicht Da sind wir Hallo Sehr gut, du hast noch alle Arme und Beine Ja Also halt schön Stil, damit ich dir das Upgrade jetzt installieren kann Wird kaum wehtun Glaub ich zumindest Okay, das war's Ab sofort regenerierst du doppelt so schnell Und das wirst du auch gebrauchen können Das ist gut Vergiss nie, die Regierung ist krupellos Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie dich irgendwann erwischt hat Deine Zukunft liegt eindeutig beim Widerstand Aber vorher müssen wir noch was anderes erledigen Okay, ich habe deine Feldtriebprobe inzwischen genau analysiert Was die Banditen versuchen Und das offenbar erfolgreich Ist, das Vertrieb als Explosionsbeschleuniger zu verwenden Äußerst gefährlich, wenn sie es in die Hände bekommen Dieses Stück wurde zwar neutralisiert, aber Bring es trotzdem zu kleben Er muss unbedingt erfahren, was sie vorhaben Bring es zu ihm Komm bald wieder, mein Freund aus der Vergangenheit Alles klar, gut, dann machen wir uns auf den Weg Zum Bürgermeister Ja, rede mit jedem Es gibt eine Menge Jobs Das glaube ich gern Gut Wir werden hier aber wieder eine kleine Pause machen Denn die 20 Minuten sind schon wieder erreicht Ich hoffe, euch hat die Folge gefullen Schreibt mir ruhig in den Kommentaren Ob es euch zu hektisch zugeht Ob man eventuell doch noch ein bisschen langsamer vorgehen sollte Oder ob das alles in Ordnung ist Über einen Daumen nach oben Würde ich mich natürlich freuen Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Wenn es wieder heißt Rage Also bis dann Macht's gut Tschüss